Heute möchte ich mit dir über das Thema Vorbild sein, Perfekt sein sprechen, sich vor die Kamera stellen, über Positivität reden, über positives Denken, gesetzte Anziehung und und und, wie man Probleme lösen kann und selber dann doch nicht immer perfekt sein und freundlich sein und positiv sein. Dieses Perfekt sein impliziert, dass immer alles gut laufen muss. All diejenigen, die mir zuschauen und die mir auch gerade auf Instagram folgen, wissen, dass nicht immer alles perfekt ist. Also ich glaube, ich habe auf YouTube, ich hoffe es, dass ich nicht das Bild rausgebe, dass bei mir alles perfekt läuft und dass ich alles zu 100% richtig mache. Was ich euch mit diesem Video sagen möchte, ist, wenn wir denken, Perfekt sein und ich bin ein Vorbild und ich mache alles richtig, dann haben wir etwas falsch verstanden. Wir leben auf einer Erde, Planet der Gefühle, kann ich nur sagen. Wir haben eine Palette von Gefühlen und die ist für jeden da. Egal, ob du erleuchtet bist oder nicht, selbst der, der erleuchtet ist, hat auch mal niedere Gefühle von Scham, von Zweifel, von ungeduldig sein, von genervt sein, von Gefühlen, die einfach unter der Freude, der Dankbarkeit und der Liebe und dem Vertrauen und dem Frieden sind. Das ist völlig normal. Das heißt, nur weil sich jemand mit dem Gesetz der Anziehung auskennt oder nur weil jemand sich damit auskennt, dass Positivdenken einen weiterbringt, heißt das nicht, dass man immer positiv denkt. Also jemand, der in mein Leben kommt, der immer, immer positiv ist, da würde ich Zweifel haben, ob alles mit dem in Ordnung ist. Und damit meine ich, wenn wir jetzt Sorgen haben oder Ängste haben, hat jeder von uns, dass der Unterschied zwischen denjenigen, die positiv denken, ist, dass sie dieses Gefühl nicht ständig halten und nicht ewig halten, nicht tagelang halten. Es gibt Menschen, die halten es jahrelang, ja, du hast mir vor zehn Jahren einmal gesagt, dass ich zu fett bin. Das sind Menschen, die halten jahrelang an dieser Negativität fest. Das heißt, ich habe auch Negativität in meinem Leben, aber ich schaue, dass ich das wirklich die Zeitspanne immer kürzer halte, wo ich dann wütend bin, genervt bin. Und ich habe viele Mütter, die mir jetzt zuschauen, wenn meine Kinder angegriffen werden, klar, raste ich da aus, das ist völlig normal. Ja, wäre ja komisch, wenn ich da ganz ruhig bin und da lächle und so tue, als wäre nichts. Aber ich gucke, dass ich wirklich diese Zeit des Genervtseins, der Trauer, was auch immer, so kurz wie möglich halte. Das ist der Erfolg und das ist der Unterschied zwischen denen, die wirklich positiv denken wollen, ihr Leben positiv beeinflussen wollen und diejenigen, die sich von ihren Gefühlen einfach leiten lassen. Wir alle sind gerade am Lernen und es ist trotz allem gut, dass solche Themen angesprochen werden, damit wir nicht mit Sachen durch die Gegend rumlaufen, mit Schablonen im Kopf. Der ist immer positiver, ja, die hat es auch einfach und die ist immer negativer, ja, bei der geht eh alles schief, sondern nein. Alle Gefühle sind da, wir dürfen alle Gefühle fühlen, aber halte nicht an niederen Gefühlen ständig fest, weil sie sind magnetisch und kreieren immer wieder dasselbe in deinem Leben, beziehungsweise immer wieder negative Sachen. Daran können wir arbeiten. Das ist das Ziel für uns alle. Perfekt von uns ist niemand. Ich nicht, du nicht, keiner da draußen. Egal, wie viele Bücher man geschrieben hat, egal, wie viele Seminare man gegeben hat und egal, wie viel, wie erleuchtet man ist. Jeder von uns, wenn du wirklich top erleuchtet bist und keine niederen Gefühle, dann brauchst du nicht mehr auf der Erde hier zu sein. Dann kannst du in einer anderen Dimension als Engel weitermachen in deinem Leben. Aber wir sind hier, um erstmal diese Gefühle schön zu durchleben, durchzumachen und zu leben, zu fließen. Denn das Leben will fließen und will nicht an einem Gefühl feststecken. Wenn wir das verstanden haben, werden auch die meisten von uns viele Sachen nicht mehr kaufen. Warum kaufen viele ständig irgendwelche teuren Marken? Weil sie denken, wenn ich das kaufe, fühle ich mich wertvoll. Kauf das und mal gucken, wie lange du dich wertvoll fühlst. Du kannst das Gefühl nicht festhalten. Das Gefühl muss aus dir herauskommen, selbst wenn du einen Sack hast. Wenn du dich wertvoll fühlst, muss es aus dir herauskommen und das erfüllt dich. So, das ist jetzt wieder Themawechsel. Das war es zu diesem Thema. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos. Bis bald. Das war es zu diesem Thema. Bis bald. Bin bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.